Yo moin, im heutigen Video geht es ein bisschen um Deadlock und zwar versuche ich mit Deadlock einfach Radiant zu hitten auf dem zweiten Account, der noch nie Radiant war. Das heißt es wird so ab 3, 4, 500 Punkten schwerer Plus zu machen, als natürlich auf dem Main Account, wo man dann immer noch Plus 30 bekommt am Anfang von der Episode. Falls euch das gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und lasst mich gerne auch mal in den Kommentaren wissen, was ihr vielleicht in den nächsten Episoden sehen wollt und dann würde ich sagen, viel Spaß in dem Video. 1 enemy 1 C Pushing B Männlich Out 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 one enemy remaining was on I know you saw there is no escape ceiling ceiling does not review it no no finish one we are not dead we are done great pull them to their grave upland reeling them in upland i cannot see trap them ct trap them ct there is no line up police he is doing it stop ct one enemy remaining nice guys that was a great ult man i wanted graffiti ulten but he was on the top of the box then i took him from the top of the box from the bottom of the box he was on the top of the box back side one die and be done one more back side one enemy remaining nice shot fette ges... oh warte mal oh i dacht es wär ne vandal gombo gomo gombo 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 nahi das wär mein erster ace gis nix 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 Tiefs, 4 Hits. Raktak ist überschwer. Gold Damage. First game on the actual deadlock and we actually win. Let's go BIA, kein Ults. Wait for Sauvadron. Hold him. Look for me. Like planted. Boah, fette Runde, holy shit. Achtung, Alarm. Boah, da habe ich vielleicht auch mal den Trigger voran gemacht. Also ihr bekommt jetzt erstmal kurz eine Nachhilfe, was Deadlock angeht. Ihr packt eine Trap nah an eine Tür, dass die Gegner das hören und wollen nur durchsneaken. Und dann gehen die einfach woanders hin. Okay. What? It's a Pikachu. Backside tank test. I need to fly for you. What? What? To pull them to their grave. To pull them to their grave. To bae. No surprises, reeling them in. One double door. One double door, one backside. So I'm holding double. One enemy remaining. Three down. Double doors last. Ohh. Double. Hit. Nice, there's an Operator in front of you. Running B. Ich habe dir gesagt, ich würde nicht sterben heute. Spikes wanted me These parasites Actually deadlocked main Sound sensor up Got sky Try pony Where's last? Welcome to my world No escape Spike planted One enemy remaining Where's last? Pull them to their grave Wow Slank one One enemy remaining Right I kill them There's one behind me long One two feet One enemy remaining CT It's going heaven Don't peek He already swung out Nice guys One enemy remaining Last player standing Nice Pull them to their grave Nothing there Nice Good job And main Pull them to their grave Reeling them in Multiple enemies A He dead One enemy remaining Bike down A Nice guys Man this engine is so cringe One tower Jet side CT CT Man this He or he Ich geh jetzt noch, um dich. Ich fahre, du gehörst. Ich fahre, du gehörst. Was soll, wir werden, ne? Was? Wo ist er? Oh, nein. Warte, ich töte ihn. Ich will ihn schreien. Okay. Er ist in der Korn. Ah, die Kette. Wieser, wieser, wieser. Wieser, wieser, wieser. Auf geht's. Auf geht's. Smoke. Smoke. Could be one tower. Flashing tower. descend. Flashing tower. Fl kant pro zu. Oh. Oh. Nice guys, GG. Attackers gewinnen. Oh, 5 aus 5 mit Deadlock gewonnen. Und es sind nicht mal schlechte Games gewesen. Oh was, sie werden Ascendant 1,50 eher eingerankt? Wer hätte denn damit gerechnet? Shoot your mouth. 3 down. No surprises. Double dogs. Hold on. Still long. Happy birthday to you! Is this birthday present for you, KO? We get this win. No charges. No sensor tricks. Pull that spider. Fight down A. Reeling them in. Main, 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 main. No, there is no one east, main. I suggest you move. One enemy remaining. I'm actually wanna win this for you. I'm actually wanna win this for you. I'm super ready for you, KO. You see Brimstone? You just need to believe in yourself. They say that I'm vulnerable. Maybe I just lost control. These nights keep on taking. They say that I'm not too long. You see Brimstone?